Herzlich Willkommen zum Quiz des Monats April 2021. Auch dieses Mal gibt es wieder etwas Wertvolles zu gewinnen. Und zwar in diesem Fall einen Unternehmerstärkentest. Dieser Unternehmerstärkentest im Wert von 200 Euro ist dann relevant für dich, entweder wenn du selbst genau wissen möchtest, was deine Stärken sind, um die richtigen Teampartner auszuwählen, oder wenn du Anträge stellst, zum Beispiel auf Gründungszuschuss beim Arbeitsamt, oder Anträge stellen willst auf Fördermittel, zum Beispiel auch bei der KfW. Wenn du also Gewinner bist, dann erhältst du auf der Basis des weltweit führenden Bürgmann-Instruments deinen persönlichen Stärkentest in Verbindung mit einer persönlichen Beratung über 30 Minuten an Dauer. Kommen wir nun zur Quizfrage des Monats April zum Thema KfW-Startgeld. Die Frage ist folgende. Wie lautet die Obergrenze an finanziellen Mitteln über das KfW-Startgeld für einen Angestellten, der aus dem Nebenerwerb heraus einen Antrag auf Förderung stellt? Wenn du die Antwort herausgefunden hast, dann bist du eingeladen, die Antwort zu senden per E-Mail an quiz-at-x-goop.de. Nach Ablauf des Monats werden wir aus allen richtigen Einsendungen dann eine Ziehung durchführen. Und der Gewinner kriegt dann wieder eine Nachricht im Monat Mai. Also schicke jetzt deine richtige Antwort an quiz-at-x-goop.de. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.